Ich nehm einfach mal unseren Wasserfahrstuhl, ne? Noch mehr Kies, also an Kies hapert's ganz klar nicht Zack, einmal nach oben hier Wird immer ein bisschen besoffen bei, aber egal Ich glaub, man wär auch zu Fuß schneller, oder? Ich weiß es nicht Vielleicht auch nicht Ich hab keine Ahnung Auf jeden Fall haben wir es fast geschafft Aber es ist fast, als würde man durch die Himmelspforte schreiten So hell ist das Das ist Gotts Haus Jetzt hab ich mich gerade selbst als Gott betitelt Was so gar nicht beabsichtigt war Na, freut er euch? Nicht so wirklich, wa? Auch keine Fackeln Nehmen wir das hier schon mal mit Und das So, zack und flop Da haben wir erstmal ein paar Fackeln Wunderbar Hier unser Ofen, der fröhlich vor sich hin brennt Hell So, ups Hoppa löse Die nehmen wir jetzt einfach mal alle mit, weil hier oben brauchen wir sie eh nicht Und unten brauchen wir sie viel mehr auf jeden Fall So, zack Oh, das war nicht beabsichtigt So Juhuhuhu Oh Leck mich Ich hasse dich Arschloch Oho 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 Dunkel Hell Dunkel Hell Dunkel Hell Dunkel Hell Jut Da hinten brennt jemand Von mir aus Wenn er unbedingt will Fledermaus Ist hier irgendwie eine Höhle drunter? Fledi? Klingt irgendwie so Aua Wo die sich auch überall Herumtreiben Ich habe hier sogar Im Sommer sehe ich immer Fledermäuse hier von meinem Fenster hin und her fliegen Ist eigentlich ganz cool Muss ich sagen Sind zwar echt klein Keine Ahnung So 10 cm oder sowas Aber die flitzen da die ganze Zeit hin und her Das ist echt unglaublich Sag ich euch So Jetzt mal ganz schnell da Zack 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 Hier schnell mal den Lehm reingehauen Der kann ja fröhlich vor sich hin brutzeln So So hier haben wir sogar noch 18 Ist auch mal gut Äh 1 2 Nein falsch 1 2 3 4 5 6 7 Zack 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 Zack 1 2 3 4 5 6 7 8 Flup 1 2 3 4 5 6 7 8 Flup 1 2 3 4 5 6 7 8 Flup 1 2 3 4 5 6 7 8 Flup Und Flup Flup Und 1 2 3 4 5 Bleiben 2 übrig Aber ist egal So Hallo Du Kleiner Wald Hallo du Gebilde Hm Ich fürchte Das ist ein kleines Malheur hier So rein optisch Ja, er hat das auch auf jeden Fall anders gemacht Brutale Bäume Er hat das auf jeden Fall anders gemacht Aber hier passt das irgendwie Seine sind halt höher Und hier passt das einfach nicht Also Exo Rides Tutorial, da sind die höher Aber hier passt das einfach nicht so in die In die Gegend, Ryan Ähm, was ist denn, wenn wir dich hier weghauen? Hm Hm Tja Ne Irgendwie ist das nichts Müssen wir noch ein bisschen anders hier rumtesten Wir werden uns jetzt hier Wir werden mal gucken, welches Modell wir hier jetzt am besten verbauen Und das bauen wir dann hier und da an den Wegen Gut, das war vielleicht auch ein bisschen unschlau Den Baum da direkt so hin zu pflanzen Beziehungsweise hier müsste ein großer hin, ne? Eine Fledermaus Da rede ich noch vorhin davon, dass die Fledermäuse hier bei mir rumfliegen Jetzt flattert hier die Fledermaus herum Das ist ja unglaublich Haben wir noch Knochenmehl hier in der Nähe Egal, erstmal pennen Beziehungsweise erstmal Essen Erstmal Abendbrot So Ah, das passt ja ganz Das passt ja ganz gut Zack Guten Morgen Und jetzt Wie machen wir denn jetzt hier am besten? Komm, jetzt Jetzt haut mal raus Jetzt komm, jetzt Jetzt brauche ich mal einen Vorschlag von euch Wie bauen wir denn jetzt am besten mal hier die Ne Da brauchen wir keine Treppen dabei Wie bauen wir denn jetzt am besten hier mal die 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 Laterne Manchmal brauche ich echt so elendig lang So, haben wir denn hier noch Knochen? Keine Knochen Auch keine Knochen Sieht's hier bei euch aus? Ja, naja, ihr seid noch nicht dran mit Ernten Könnte natürlich hier auch Das sieht ein bisschen komisch aus, ne? Dass hier die Blöcke so Das ist so blöckig hier Ne, das kann so nicht sein Das, äh Ne, jetzt haben wir das Problem, dass da so Das Wasser übersteht Naja, komm Kümmern wir uns ein anderes Mal drum Moment, hier wollten wir erstmal hin Aber wir haben, glaube ich, unser ganzes Knochenmehl verballert Vorhin letztens, vorhin letztens Für die Blümchen, ne? Kein Knochenmehl Ne, anders Wir können ja auch mal über die Terrasse raus Dann einfach mal hier Mitten aufs Feld latschen Ist ja immerhin unser Feld, ne? Hupp So, dann musste ich kurz mal auf mein Handy gucken Ob da was Wichtiges gekommen ist Aber war nicht Stopp Eier, Eier, Eier Plopp So, haben wir denn hier noch? Ja, haben wir Das ist doch schön Haben wir so noch Klein bei euch Naja, aber die kriegen wir immer wieder hierher Und da haben wir noch massig Und Cola haben wir auch noch Mensch, was wir alles haben Zack So, ist hier unten dann hier eventuell sogar was angespült worden Eins Nein, zwei So, renn jetzt mal hier So, geht doch So, wir haben noch ein bisschen Zuckerrohr hier im Inventar Das werden wir auch immer nochmal schnell loswerden hier Das werden wir loswerden Zack, zack Ja, Zuckerrohr braucht eine andere Textur Ist klar Wird gemacht Herr Kommissar Bonemeal Zack Und jetzt würde ich gern Hier einen großen hinhaben Das wäre schön Nein Muss ich dafür dich erstmal weghauen Und dich Nein Ja Genau Wunderbar Läuft Läuft Wunderbar Läuft Sehr gut Hier Das war jetzt Das ist nicht so geil Mein Freund Warte mal Ich Ich kloppe mal nochmal ganz weg Weil du kannst dann ja gern um die Laterne, die wir hier hinbauen Drum rum wachsen Aber Eben erst, wenn die Laterne da steht Wenn wir wissen, wie die Laterne überhaupt aussehen soll So So M Wir können natürlich Das auch nochmal ein bisschen anders machen Wir können zum Beispiel Könnten wir Jetzt Ne Das war so eine andere Version Beziehungsweise so wie ich mich eben an die andere Version erinnere Zack 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 Nein Das war nicht seine andere Version So Jetzt kamen hier Wie gesagt Die sind Problematisch ist eben Dass die so hoch sind Passt irgendwie nicht so Ja Das ist zwar Das ist Viel zu hoch ist das Aber egal Wir machen das jetzt erstmal Ähm Zaun Hier Dort 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 Hop Tolle Wurst So Und so Und so Und so Hm 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 Habe ich schon mal Hm gesagt Jetzt gerade Ne ne Das können wir natürlich Hier einfach so Überall Eine Fackel draufsetzen Und dann Könnten wir hier oben Jetzt Ähm Hä Das war jetzt Unerwartet Irgendwie So Hop Ich benutze euch Bäume Mal kurz So Zack Und Zack Ja Das ist einfach mal Viel zu hoch Grundsätzlich ja gar nicht so Kacke Aber einfach zu hoch Die passen einfach nicht Hier zu dem Stil Das ist schade Hm Ich würde aber echt ganz gern Hier irgendwie jetzt mal Eine schöne Laterne hinbauen So Ähm Hm Hm War ich ein bisschen voreilig Mit den Bäumen Aber so ist er nun mal Ne Der kleine Knasten So Ähm Jetzt kommt mir noch eine andere Idee Schöpfe Hm Hm Tja, also wie ihr merkt, ich probiere hier rum und deswegen sage ich nicht so viel, das ist immer ein bisschen problematisch, das ist mir leider auch schon aufgefallen, aber irgendwie weiß ich immer nicht so richtig, also ich kann, ich bin halt, ne, ich kann immer nur denken oder, äh, reden. So richtig gleichzeitig funktioniert das leider nicht. Erstmal wieder pennen gehen, wa? Ist immer ein guter Plan. So, ist doch schon Nacht. Mann, mach dich da oben. Jetzt? Nein. Jetzt? Ja. So. Hm. Hm. Njam, njam, njam. Ne, irgendwie, also es funktioniert alles nicht so, wie ich möchte. Das ist schade, aber lässt sich jetzt so nicht ändern. Deswegen machen wir einfach mal folgendes, und zwar... So. Ja, egal, komm. Was soll's. Machen wir jetzt erstmal so hier für, zumindest für diesen Weg, setzen wir jetzt einfach die ein, und dann gucken wir mal, wo wir dann woanders irgendwie andere... Laternen basteln können, aber hier passt es sogar fast, würde ich sagen, ne, so immer so ein bisschen so, hier so schnuckelig. Dann haben wir hier hinten mal noch einen hin, und zwar... Hier so, mitten aufs Blümchen. So. Jetzt haben wir keine mehr. Skandalös. Skandalös. Ich dachte... Und. Hier harvesting. Ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020